Mein Name ist Thomas Baumeister. Ich leite die Geschichte der Firma Ofthalmic jetzt schon seit 1978. Die Kernkompetenz liegt in der allumfassenden Betreuung des kompletten Spektrums einer Praxiseinrichtung. Das geht von der Suche der Räumlichkeiten über die Grundrissplanung, Gestaltung der Abläufe, Erstellung eines Budgets. Es geht über die Planung, Baubetreuung vor Ort, Innendesign, Planung, Farbe, Licht, Begleitung der bestehenden, eventuell eigener Architekten, bis hin zu der kompletten Ausstattung und Lieferung aus einer Hand aller Geräte, die dafür notwendig sind, aller Möbel, die notwendig sind und endet natürlich in der technischen Betreuung, Reparatur, Wartung und Instandhaltung. Wir haben die eigenen Schreiner zur Hand, die bei Einbauten, bei Umzügen helfen. Wir haben die eigene Produktion, die die Einheiten, unser Kernstück unserer Arbeit selbst herstellen, in eigenem Namen, so dass der Kunde immer nur einen Ansprechpartner hat, der quasi für alles verantwortlich ist. Wir sehen die Praxiseinrichtung nicht als einmaliges Geschäft, das dann irgendwann mal abgeschlossen ist, sondern betrachten es als Einstieg in eine fast lebenslange Partnerschaft mit unseren Kunden.